Hallo liebe Leute, willkommen hier wieder in Battlefield 3. Diesmal ist es Close Quarters. Eine Runde Gunmaster mit dem gesamten MSL-Clan. Ja, es ist schon eine Zeit her, dass ich aufgenommen habe und es ist jetzt auch das erste Mal, dass einige von uns auf dieser Markt spielen. Wer ist eigentlich noch Jungfrau auf dieser Welt? Ähm, ich nicht mehr. Ich nicht mehr, ich wurde entjungfraut. Ach, geht's schon los! Ja, es geht schon los! Warum sagt mir das keiner? Ja, hab ich auch eigentlich gesagt. Ja, das weiß ich nicht. Und Nico, was schreibst du eigentlich schon wie das Bäm um den Rhein? Ah, 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 fuck. Komm, merkst du aber früh. Oh, der Matze schon wieder verreckt. Wo bin ich denn hier? Halt's Maul, du. Du kannst halt nix, Matze. Ich kann nicht drüberspringen, was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt kann ich drüberspringen. Ey, ja. Gut gemacht, Matze, Matze, ich komm zu dir. Hey, geil, hilf mir, hilf mir, ich komm zu dir hier. Es gibt nicht mal Medipack, ich hab noch 55 Prozent, was Renze zu mir. Aber regeneriert tut sich's, oder? Ach, dieser Bastard! Wer weiß nicht, nein! Ich muss drei Abschüsse mit einer machen. Äh, nee, zwei, glaube ich. Zwei. Zwei, zwei, ich hab schon die nächste, je, und links siehst du's. Ich bin Level 2. Hier liegen drei Leichen, warum liegen hier drei Leichen rum? Äh, zwei hab ich gekillt und der andere warst du. Wunderbar. Ich komm mit der MP443 eh nicht so superklar. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich, Gott, nein, ich wurde gemessert. Nein, 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 aua. Danke, du hast recht, ey. Oh, fisch ich doch. Ich hab' das schon gemessert, oh yeah, I like Bross. Halt die Fresse. Wie geil, ich wollte ich grad auch sagen. Oh, ich bin im Keller, ich bin im Keller, der will doch auch... Ja, ja, nee, lieber nicht. Ich komme. Nein, bleib weg. Oh, und ich komme auch. Wo ist er? Sagt derjenige, wo noch nie im Keller war. Was? Ja, ich hab' Angst, allein im Keller. Ja, ist so dunkel, kalt. Ja, und das Spinnen, oh. Halt. Löhööööö. Und wir zusammen mit Niko ganzerlei im Keller, oh la la. Oye. Dann wird geassrapt. 3 weil die dritte an den Keller nicht bis gerade ich noch ein Prozent ganz oben bin ich gerade im öffnen ich finde gerade der Eingang vom Keller der Wachstuhl-Kreis ja bleib stehen du Wichser nur ehrechte Köln der Sprungssinger ist so viel Schaden man warum es ist der Städte 9 3 er dort bereits was nachdem es schon mit zwei zwei Waffen ja der Christian Loll Barth ich habe sie die Marken wenn die nicht ich weiß auch immer ein Neul ist das Wunsch an Kreuz eine Waffe ich kann nicht schießen ja der steht da Baccio 3 hallo Hilfe ich habe Heimann das war der Bericht ich komme zu dir ich komme zu dir ich weiß nicht wo ich lang muss das drüber kommen da wirst du schon unterkommen ich habe hier über die Sonnein aufgeschöpftes Huhn aber ich weiß nicht wo ich dann muss akutiert die Taktik hat erledigt sich bei sich was die er dort wird da noch und soviel fliegt und das ist das ist das Ding auch der 3-1 umgedreht er sich umgedreht das kann doch nicht wahr sein ich bin ein Jahr lang mit einem Schuss worden nicht aber er macht er halt ich will jetzt mal nur er war jetzt die ganze Zeit ich weiß ich hätte es abtun jetzt erwischt auch bei der Welt der Rücken da willkült mich nicht mehr sagt jetzt rennt er auch noch damit rum und ich hätte jetzt ist er der KB 19.8 erpftet nicht bei der Brücke 9 reichlich messer nicht nicht ich weiß aber ich wollte darauf das hat du mir leid ich hasse die ich hasse sie ich hasse es so sehr und er hat und zwar jemanden trage jetzt sind voll viele da aber die sind drei mongos sind einget sind dazu gejunt drei stück kommen kurz weißt du von morgen Prozent auch nö aber schon die P90 er hat sich nur in sich schon das liegt also gut man kann sagen es ist so ähnlich wie in Black Ops oder halt in den COD allgemein um oder auch ein Counter-Strike dass das mit dem nach jedem kill wird eine Waffe gewechselt so also nach jedem zweiten kill außer bei den letzten beiden Waffen das darf doch nicht wahr sein 25 Prozent ich schließe ihm die Eier weg und er lebt immer noch ey mann ich kenne ich hab ja den Kopf weggeschossen ach du Arsch ich versuche jetzt einfach reinzumessern das kann ich wahrscheinlich noch besser als diese scheiß Waffe da die 44er Magnum ist eine Kackwaffe ich kann ich gar nicht leiden doch Arsch kann ich nicht leiden schön Nico du bist gestorben ja aber ich hab ne positive KT ich hab ne unschönen hohen Rückstoß ja toll ich hab ne negative KT die PP19 denn bei uns an los geht's dort und kann die Waffe aufnimmt Lopper das Weltwort gemacht dort habe ich es erst immer du kriegst keinen der Messer der Katze wo er nicht nur ich habe meisterlich gesehen kann ich auch für die ersten und erschienen der Scheiß von der Sonne Ja, ja, P90, jetzt bin ich in meinem Element. Oh, oh, fuck. Tja, die hat er dann 30 Sekunden, klar. Ja, das stimmt auch wieder. Egal. Aber eigentlich muss man doch sagen, dass es auch ziemlich nützlich ist. Man kommt mal andere Waffen zu spielen, ne? Man kann ja andere Waffen finden dadurch. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ja, man kann an anderen Waffen verzeifeln. Aber zum Teil ist der Aufsätze so kacke. Zum Beispiel bei dieser, wie heißt die, Elsatt oder so hat man ja so ein Visier. Was, wo bist du? Die fragen mich auch gerade. Ach, hier. Da, hallo. Ja, du bist in der Nähe von der Baustelle da, die sagt. Ja, 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 du auch. Gell, mal zerstört, sag den schön, wo wir sind. Ja, ja, sag's. Ich brauch doch nur noch einen Kill, dann hab ich die nächste Waffe. Kommt ruhig her, kommt alle. Traut euch. Alle auf einmal, okay. Ja, ja, genau. Ja, Mann. Arsch. In your Kopf. Alter, jetzt kommt doch mal her, jetzt ich goeiner. Ich wohne niemanden. Und wenn, dann... Ja, wo seid ihr denn? Ich weiß doch nicht mal. Ich renne hier. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Und hat ja nicht mal Granaten. Ich leb noch? Es wär kacke. Fuck! eine neue Storben ich die Schockgang damit jetzt war bei der Stuttgart aus der automatischen dort auf der Städte Prozent ein Zehnt vor allem die mit Splitter Munition die macht eh schon keinen Schaden Prozent ja ich bin der Hälfte von GD ich habe in die Ehe die Ehe ist er ist hast du diese Waffe die MP 4 4 3 Leike Bors das ist ein NG die zweite der Karte zwei Prozent der Eizbücher wieder die Flüge der Reis eine Maschinenpistole und wie es gerade durcheinander ist so Lund so muss ich lang Matze helfen ich weiß nicht wo ich hin muss ja ich weiß auch nicht doch toll weil ihr zu zweit war Abelkill jetzt hab ich hab so ich hab ich hab den Niklas getötet ich hab nicht mal gemerkt ja ich hab wieder hilfe bei Kehl und Hilfe bei Kehl Prozent sie habe ich gern Master bis jetzt so wenig gezockt weil ich diese Erdwaffe so scheiße finde ich finde auch scheiße der erste Jahr zu zu hau freien die ganzen Leute du musst ein paar Mal spielen damit du dafür ein Gefühl kriegst ich habe aber auch total gegen den Fack hat naja geil der Fack hat ich gleich mal öffentlich auf YouTube ja ich weiß nicht ob ich so klar das ist ja noch das hängt ja noch das hängt ja noch das hängt ja noch ja 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 und nein der Niko kommt Niko kommt natürlich 10 Prozent Halt Shotgun die Spast P90 ich ich will euch ab die Sparte ich hätte immer noch bei der Dreckschoppern weil mich hätte ich entweder ja so bin ich auch gerade er ist hektik oder er hat mich da hat mich jetzt werde ich es gibt es nicht wie viele Hitmarker aber in dem Modus verpackt man seine KD auch wo muss ich hin ja wir spielte es jetzt nur einfach mal ne Runde Oho woher die Arscher man lasse ich hätte ich schon was gehabt was ja ich hab nicht gebraucht ja er kommt schon wieder einer hinten hergerannt aber es war so wieder ja du hast die Führung verloren geil nein nachladen ja 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 es soll dagegen eine P90 im Nahkampf gewinnen ey das soll doch alle Abstufend sein die Scheiße das war erst gut jetzt schwieriger das ist aber am Anfang so schwierig tut mir jetzt leid das so rumflägt ist doch kein Problem eigentlich finde ich die Idee gar nicht so schlecht dass man am Anfang erstmal geile Waffen hat und dann es wird immer dann wird immer schwieriger aber das muss man anfangen am Anfang ist es schwer dann wird ganz leicht dann geht eigentlich recht schnell der Mitte und am Ende wird dann wieder richtig schwer der Karte und ich habe ein er ist der Kiel in der Fall steht das Problem dahinter ist ja das ist das richtig das 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 da 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 die Frage ist ja eigentlich eher wenn du wenn du als Sachs der Fank mit den guten Waffen an und dann an der schlechter ist also so der Pizzo am Ende den Kiel machen muss das ist ja im Prinzip als so ein Ende der Mitte mit diesem Granatwerfer und der Schichter der Karte gerade als erledigt dass man hat und das ist so schwer da mit dem Kiel zu bekommen Nein der Bastard hat mich getrennt ne ich meine ich meine dass es ja so ist um wenn du am Anfang es ist es kommt ja darauf an wie jeder einzelne Spiel wenn jemand mit der mit der der sagen wir Skar H extrem gut ist und am Anfang wird die gute Waffe als Skar H ausgewählt dann ist ja irgendwie scheiße für uns oder weil dann ist damit das Skar H natürlich also der Pro und wenn er dann mit mit sofort mit zwei Schicks in Führung geht ja aber wenn man am Anfang mit einer Waffe nichts reißt und dann haben die anderen die reißen damit was du kannst aber gut aufholen Alter ich bin nur kurz auf die Hälfte vor mir auch gestellst aber er sagt dann eher weil ich das zuerst gerade bitte vor mich da schießt einer gegen die Wand auch mal ist Gell Hörl 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 höher Hörl 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 wie oft ist es war nicht schlappt hier 3.0 die ich nach 20 prozent im nachkampf mit der Schrotflinte er hat ihn doch und es macht einfach ein Schaden sein die Sackfresse feines sie kann es nicht sein dass das Ding noch die selber schaden macht er zu nah dran steht wer ja sie auch nur zu nahe Wenden dran stehst er oder auch an Gegnern wenn du die Augengegnung ist er direkt vor die Städte später Munitionen macht sie auch selber schaden da stand also ich habe ihn gesehen hundertprozentig Gesundheit ich hab kein Hitmark die Krieg ich stand direkt vor ihm Ziel auf die Gitarre stattdessen wird nicht tun da aber ich war doch mit der Kuppe gezielt es kommt nicht in mir ist es ein Kiel es wäre auch 9 die Städte zu tun schweinlich ist klar ist laut daher ob da wieder hinter mir der Wechsel als Spaß der LH-Frost die Medizin die E-Mail der Probe endlose Treppe liegt auf und wo kommt es raus wo sich auf der Worte wo sich die Doppelstelle auch wie romantisch okay Hallo Hallo so Leute hallo er darf schon wieder jemand lässt das aber das ist der Nico es ist der Nico gewesen aber auch genau er kommt da wieder zu mir ich hab zwei Prozent und staubt im Kindergarten da hat sie wie er die hohe ist so etwas weiß ich da hat einer um die Ecke von ihm nein ich wollte ich habe die Führung und ich habe einen guten Wettel aber auch aber auch Wurzeln weiter erhält es das ist ein Spielmodus weitermachen es ist aber ungeslustig bei der CSGO Beta ist es ja noch okay da habe ich sogar was gerissen aber jetzt es kommt so gut er wird jetzt auch auf andere also Prozent Prozent Konkurrenz und so weiter spielen so was auch immer gerade für ein Buch der Mann da muss man ja recht einspielen ja man muss nicht ein Spiel jetzt habe ich die Einstieg doch das zwei ich hatte auch man bei mp2 und so weiter geht er auch zum Ort was die Spaß geschießt er hat hier der Hursson ich glaube ich er hat nachladen ich hatte nie aus Magazins kann nicht wahr sein die Ente ich habe die Erlöser Stiftung und der Wechsel ab und ich will es bei Kieler zu Christian gerade eben weiß ich nicht mehr wann also gerade bei sich er da habe ich auch und auch keine Ahnung ja ich habe nämlich eine Kugel mit der das ist da liegt aber auch wenn dies meistens worden ist kann auch sein dass die so worden ist er weil die Gemeinde ist da hatte ich aber eben Glück mit ihm sein weiter ich denke ja da hast du Glück dass ich wer hat Geld 9 nicht bewahren ich nicht auch ich weiß nicht ich weiß nicht da habe ich auch nicht passiert ist das war dann so auch die Sitz alle mit denen wenn Waffen da rumrennen ich habe immer noch eine positive KD unglaublich Glück unterhält und leckte in die Klammer etwas das auch die drüben ich habe ja auch mal zu tun und auch 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 ich habe es so gut bekommt es ist das ist auch nicht wahr sein die die Lacht war die die ich leben auch auch ja verreckt du wichser ja dass ich jetzt nicht mehr gekillt wird jetzt kommen die Sniper jetzt geht aber los so schütt BDF hat die Sitzung der Welt ich bin bei der M4 17 so jetzt habe ich das gar nicht das bringt das hat sich an den neuen Metz in die Schreiber stundenlang rum und das ist immer nicht die gescheiten Laufwege noch nicht drauf habt ohne Nesko keine über den Weg und wenn dann so voll der auf einmal ist er da wenn du wenn jemand wenn jemanden haben möchtest dann musst du dorthin gehen wo vorher noch ein Todeskopfzeichen war dann ist das ziemlich genau das ist jetzt kommt die Bolltexel die JNG hei 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 also schnitzung zwar wie fällen erster so ist es nicht schossen ab dem Tod eines der Briebel so und erster noch noch Kälter in der Pistole so es muss ein Kuss von meiner Mutter verabschieden was jetzt gerade fährt und das ist authentisch rüberkommt dass ich bio lernen würde worauf ich auch zu kein Bock mehr habe weil das Nervensystem ist so es auf den Sack geht Hauptsache funktioniert ich weiß nicht mehr ab und paar sie gab es sich schon falsch verknüpft die Aktion an der Welt vom Enddienst es ist ja ehrlich nachgewiesen wenn man Killerspiele spielt das dann bestimmte Synapsen nicht geknüpft werden ähnlich wie bei Brot ist genau und wassertrinken auch und weil für uns das genauso wie man seine Kinder schützen durch Geld zu viel Wasser trinken zu viel Wasser trinken verbreitet ein gehören muss es auch an einer Wasservergiftung stärken ja alles ist in der Sorge so weit mehr als 10 Liter trinkst du da so was dann verwässert deine Zellen das ist soll er schon vorgekommen sein nur nicht gehört er hat er in das Beispiele ist ein Wettbewerb nun ist auch wieder wo denn sonst die Welt und dann war es sonst in den Liter Wasser da wo man doch 100 Bürger ist in Amerika eben ach es gibt es der Tieter es gibt es gibt Hälter schießt bei der Bühne ich es ist da gekommen es da gekommen einmal ist der ist auch am Start bei einem ganzen E-Ton auch nicht kommt der Tektiv von der Seite an gerannt und mein Spiel zu müssen geil Sieg das Verschleiß mit schnellen 16 ziehen er kommt er gerade ab als hängig erst mal ein paar paar stunden fest hier nur die ist was zu Ende gehört ist ja das ist das ja auch was ich noch mit der Markt weil die der Granatwerfer das dauerte immer noch an zwei Minuten da muss man sich zwei Minuten die Musik anhören da kommt es nur so gut hier bei K1 80 die Kompass in der Welt doch an HL er hat ruhig nicht auf ganz ruhig ganz ruhig gleich machen wir was anderes die Säle als mal weiter dann geht es okay jetzt werde ich nicht du wolltest du wolltest du unbedingt was du gesagt wird es ist derzeit komm her nein es hat mich die Arten er sagt dass ich mit der Granate einfach kein Geld gibt es nicht kriegt es ist ein 23 ist warum krieg ich da eine neue Waffe die wirft doch die wirft doch kein wird Granaten die Exklusiv aus Köln und ich bin in die falsche Richtung Eilig auch mit dem Messern keine neue Waffe man halten es ist Stuttgart hat nur zurück aber ich habe immerhin recht das ist das das ist genauso wie im COD Prozent aber auch bis zu auch ich will und ich will aber das wäre es wert okay die sich erst mit die Füße sich an die Leer und den Prozent es gibt die Sieg mit der dreht sich um ich drehe mich um nein ich krieg mit das sind die Gegners das ist der Anwalt zu entgegen das habe ich sie hätten gerade jemanden gehört auch hier gerade jemanden gehört haben jemand schreien hören ja so weit ob ich weil es ist so ein Russe ich habe Russen schreit es nicht nicht die ich will eine Idee die ganze Zeit nur ich krieg kann man er hat damit den sonst kein Geld bekommt einfach das ist schlimm auch kommt ich glaube ich noch nicht verdient und da geht es mit ehemann schädlich auch weil die pp 19 das ist nicht ja verdient am abhaften die gegner ich schieße aber ich glaube wir sehen aber ohr war der sich jetzt ist bei mir in der Nähe ach so ist es ein scheiß kann da die sich im Zeitraum ein paar Sport gehen was ich weiß kann an sie mir Zeit sind da ja auch was das ist ein ganz normaler Granat habe ich doch gesagt ist kein M320 das kostet mich an dieses soll ich glaube ich schaue es ist halt keine Pistolen mehr halt jetzt geht es kommt jetzt hier wollen er läuft auf die doch der Granate drauf und stimmt nicht ja wusstest du jetzt so alt ich bin so bei er genauer zu Bauarbeiterschuhe an weil ich das war und ich hatte ja sogar Soldaten was sie ist das heißt das ist sie gerade weil es ist einfach so ein Scheiß o ist der Granatwerfer aber nicht eigentlich Direct Impact sobald jemanden direkt ein ist an alle Karten passen es ist die aber nur die hätten auch da hatten lassen können das wäre genau das gleiche aber es wäre schlimm geworden und das Schlimmste ist der das ist das sieht man es einer Arbeit so ein paar Schlimmste ist er durch wenn du eine Granate wenn du stirbst und er tut ihm okay dass die hatten kindern zählt es anscheinend nicht als Kinder auch die Tat mit der Eifkild in der Ränder dachte doch wohl ich da könnte ich nicht mehr sie haben jemanden Gegner ich muss nur jemanden töten ich will jemanden töten und schon wieder ich in die Sackgasse und sie ist ankotzt so ich kämpfe ich in der Ecke ja wo sind denn die Gegner ist die bei der E ab da da war jetzt noch ein paar Kassel das ist einfach mein Kürtel der Welt der Kiexer jetzt sehen ich auch wenn es geht so ist gerade und heute ich hab ich hab mir fällt gerade auf ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab's dein und das Geld da die Kölner ja also ich muss um eine Tarnung ändern sonst kann man nicht so jetzt muss ich noch mal kurz das auch nennens also ich will nicht mehr Klub macht aber es ist ein gut wie ich es ist ein bisschen raus danke mit dem Teil Teil okay Schottkampf auch schweiß nicht alle Schottkampf ein paar sind ziemlich geil aber bei es ist ein CSG ob ich auch immer bei den Schottkampf festgehalten ich will ihn doch nur schließen ja ich habe ihn erschossen die Boca ich hab mich aufs Kopf freigeschaltet es muss das ist jetzt die 11 86 das ist Aua Aua leck mich am Arschel ohne Scheiß die ADL 86 muss ich spielen auch kommt es gibt zwei Marker in your Kopf aber er möchte nicht ich wollte nur nicht so schnell sterben auch überhaupt ja ich bin ich selber um ja genau ja gut so mach weiter ach da wurde jemand obwohl was zu meinem Team ich in deinem Leben gut da war weiter überforderten aber ich bin doch weiter die Musik kommt jetzt ist es tun ja auch nein ich wollte das muss er es hat gerade die Waffe gewechselt als die Sitzung ist er du hast dich gelingeniert damit der Schottgang gell genau das meinst du die macht erhebte Kacken also ich kriege jetzt irgendwie überhaupt kein Headshot schluss ja aber bezogsten Matze Marken ein paar damit das vorletzten ich muss mal die Zielgruppe in Ordnung ja auch nicht in Ordnung aber es rennt grad so viele hier rum und Prozent sind englisch die Kälte sie hätten sie holt auf den Kopf genau wenn der Schrotflinte vor dir steht ich ziehe als erstes auf den Kopf egal ob Schrot oder nicht auch geil kann ich auch da nicht gekriegt auch wie geil das hat gerade funktioniert das sage ich doch Aua ich höre es doch nein Kossi LH wer ist denn das ey Mann ich komme mit dem ey ich hänge jetzt schon seit einer Minute das jetzt zehn Minuten an diesem Granatwerfer ja ich habe erwischt wie geil ja ich fang mit der Pistole an wo sie gekippt ja so lange nicht mitbekommen nein ich hab nicht mitbekommen ich hab alle Welt noch nicht aus ja sorry ich hab mich konzentrieren müssen Siegernst du bist ein Genie hier ja ich schieße gerade auf den Boden hier Boom und wieder Hilfe bei Kill 38 das Ding macht erstens keinen Schaden und zweitens Headshot nein doch kein Headshot verstehe ich nicht mal die Flugbahn davon ach fuck it irgendwie bitter ne es hat irgendwie einen Bullen-Job oh nice ich hab mir jetzt auch diesen blöden ja viel Spaß da ist er mal so was habe ich gerade jetzt ach die M-Tar M-Tar ey ey wer das normale Waffe wäre ja ah ne verreckt doch einfach verreckt doch einfach verreckt doch bitte verreckt einfach nein 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 lass mich leben nein ja ich hab eins ja ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn wunderbar ich hab den Granatwerfer ich hab ihn auch jetzt wird es zwei Stunden später jetzt wird es ekelhaft für mich ja wohin mal ich finde die sollten die Musik erst machen wenn einer in der Messerstufe ist ich hör keine Musik ich hör die Musik schon aber ich hör die Musik schon aber äh diesen Granatwerfer da die explodieren doch eigentlich doch so äh ja okay sie explodieren nicht beim Aufprall aber explodieren das ist wie ne normale Granate die du wirfst äh schon ich weiß man Sparer ist auch auf den Planer und die Flugbahn davon Gummarsen Bullet Drop hat das ist wie ne das ist auch das ist ja keine normale Türen weil der das ist eine normale Granate die du wirfst die wird geschossen halt nur zu einer einer Anwalt auch klar klar ich habe die Fremdung der Anwalt also alles schlecht sind um weit zu werfen ja genau so ungefähr schön gerade gemästert keine Ahnung ich nicht auch für drei drei Gegner ja auch wenn eine Anwalt gibt sie hier einer davon weiß dann sieht er dass man mit der auch drei Kielzeugen nein zwei auch immer so ist ein das sie sich alle wieder nach dem Fahrten nach dem Tod ich bin nicht er hat jemand so hart er hat geschafft ich habe es geschafft den Rollen wer ist reingerannt wer ist reingerannt wer ist die Granate reingerannt wer ist die Granate reingerannt wer ist die Granate reingerannt ey man ich habe nur gelesen Taktik ich war so weit vorne die ganze Zeit was ist nur noch eine und nur an diesem Ort ja ich bin dabei das erste Spiel das ist in Gunmasterspiel zu gewinnen das wäre die Premiere auf YouTube über euch nein nein ja mann ihr Wichser oh wie geil so ein Sacker hier ihr seid so gute Bastard wie geil ist das ich war vier Stufen über euch als ich den Granatwerfer hatte und jetzt überholt ich dich vier Stufen nur wegen dem freudigen Flakding wie geil oh das freut mich jetzt dass ich nicht ganz abgekackte oh wie geil man guck meine KD 3039 wie geil ich hab 3038 ey das erste das erste Spiel in Gunmaster ich hab 6 2 wie geil das ist ne geile Premiere das erste Spiel in Gunmaster direkt so geil gewonnen das ist Hammer ich der guckt mich an schießt auf mich dreht sich um und ich denk so geil drück die ganze Zeit auf Maus klick die ganze Zeit wie blöd und krieg ihn noch wen hab ich da gemessert irgend irgend ich weiß nicht wen egal geh raus Jungs das kannst du mit der Videoaufnahme auf Pause drücken das war auch noch ich also wir verabschieden uns bis dann so das ist